So. Jetzt ab jetzt hier. Die US-Flagge sieht bisschen mitgenommen aus. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Beeilung, Ernst. Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Die Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Aufschließen. Los, los, los. Ah, die Müllabfuhr war auch lange nicht da. Mann, Mann, Mann. Das ist ein Baby, oder? Ich schreibe irgendwo ein Babywein hören. Da klang das immer so. Mann, 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 Mann. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Ah, man muss nicht mehr treu kommen. Es wird so wie viele Jahre nicht nehmen. Es hat so Geschwistern gefallen. Echt so schnell, schweig! Und dann. Ja, okay, Schreiß. Ich mache dir runter. Ich mache dir das so schnell. Ich mache dir das so schnell. Und du Lüter mal. Aha, ich mache dir das, das so schnell. Ja, ich mache dir, das so schnell. Wie viele Leute. Wache, ich mache dir die Mache nur noch eine Rolle. Und nun? Wird er erschossen, oder was? Wird gescannt nun, ob die krank sind. Das guck ich mir jetzt an hier. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Do, das Spritze und das war's. Jejeje, so läuft das. Pfff. Okay, die sind also gar nicht zimperlich. Naja, das war's. Geht ab hier. Checkpoints aus, feil. Dann sind wir gespannt. Dann, wenn die ja hier gespannt, dann mal durchkommen. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuch einen Freund. In Ordnung, viel weiter. Danke. Wauuuu. 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 Scheiße, jetzt geht's ab. ermix. Fäll 1 ist sprenzeln, alles klar. Fireflies gehen ab. Achtung! Checkpoint 5 ist bis dort weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den bereich so weit entfernen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Verarzten? Wie geht das? Du brauchst Zeit um einen Medikett zu benutzen. Halte dich an einen sicheren Ort auf. Oh, brauchst du das Medikett mit? Fahre nach oben aus und halte dann eine Zwoge, tot und zu verbinden. Alles klar. Oh Gott, ich hoffe, das kann ich mir alles merken. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Dann lass uns doch durch. Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob die mir das sagen. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Uhren steif, okay? Das Militär wird bald überall... Da oben, ey. Dann bis bald. Schlägst du, oder? Was machst du hier? Alter, geil. Marlene, sucht nach was? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Alkohol, ey. Ach so. Jetzt mal so, wo die ist. Ah, hier ist der geheime Tunnel. Tunnel. Oh Gott, das ist schlimm. Alter, man sieht ja gar nichts hier. Fuck. Sehr gut. Licht an. So muss das sein. Strom haben wir also noch. Äh, nach vorne bewegen und nichts drücken umzuspringen. Alles klar. Ja. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Oh, meine Waffe. Perfekt. Waffe. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Oh nein, gut zielen. Das ist sowas, was ich ja gar nicht kann, ey. Boah. Wann mal testen? Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Und wie? Dann komm. Ja, Mann. Okay. Na los. Geh weiter. Okay. ich war lange nicht draußen ich bin halt sehr romantisch du hast deine vorzüge allah sieht das geil aus das sieht ja mal richtig geil aus die umgebung alle wo ist die leiter sie muss ja irgendwo sein tja wo ist sie leider hier ist er doch ab sie tutoria freigeschaltet zum ansehen drücken hier kann man ja jetzt angucken habe ich auch mal was so ist wo soll ich jetzt hin hier ladies first lady muss mich wohl verwechseln alles ist das muss ich mir alles merken oder was naja egal und der billiard auch nicht schlecht jetzt hier runter um seine willen hoffe ich wenn wir unsere waren erst haben wo wir von wahren reden wann kommt was neues rein wir treffen billen nächsten monat mehr pillen viel munition vermutlich warte sporen wozu hölle kommen die her sehr was hier sauber die kommen irgendwo raus pass auf die kreise um drucken zu aktivieren da liegt ja der grund wir müssen wirklich wachsam bleiben das war doch klar die verdammte decke kommt runter pass auf ich will mich nicht verwandeln dort nichts mehr ich kann jetzt war es dann alle wo sich denn jetzt lang irgendwie sich gerade nicht mehr gewaschen wenn er hier war man gerade genau da sind wir jetzt hier lang da 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 Oh, he likes to fall down. Uh-huh, yeah, I almost got so tired. He likes to fall down. Willi, du reißt mir die Scheißmaske runter, wenn man auszuschlafen muss. Himmel! Ich kann dir jetzt nachwarten nochmal. Hoffentlich. Ah, ok. Keine Munition mehr. Trug in die Stadt. Hier noch mal. Amor, yeah. Gut, so. Oh, ja. 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 ja spring jetzt oder was verdammt das brett ist weg wo ist denn das brett hier riech es rüber hier ist er doch sieht er das wieder hin doch muss der Algen geben das ist ganz schön schwer ich werde das schon schaffen da ja komm ich jetzt wieder hier wo geht doch schwing deinen Arsch hoch dann los zu befehlen was wir sind fast da wir sind das a wir ich Jesus ein als ich war auswählen und auch kommen es kann nicht sein es 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 Dort kann es ja noch sein Nicht blöd Nein, warum kann ich die Klammer ein bisschen aufpassen? Lass uns nachsehen ob hier Soldaten sind Alles klar, komm! Ich ahne schon wie das schlimm ist Okay, dann machen wir hier erstmal eine kurze Pause und machen dann weiter beim nächsten Mal Okay, dann machen wir mal